So, weiter geht's. Heute mit einem weiteren kleinen Event hier jetzt bei Need for Speed Unbound. Hast du angerufen? Nein, du hast mich angerufen. Okay. Ja, ist alles okay? Was? Äh, ja, nein. Passt schon. Ich bin nur wegen dieser Quali gestresst. Du packst das, oder? Ja, natürlich. Diese Pisi. Oh, was ist denn heute los mit den Cops? Wir haben noch keiner. Ich glaube, wir haben eins allerdings. Moinsinn! So, da sind wir wieder. Bedusa. Ja, gut. Der Vierten Lambo, ne? Delenor mit dem Porsche. So, dann gehen wir mal als Event. 16.000 wollte ich holen. Würde ich sagen. Hauptsache, was? Mit 237. Auch mit dabei. Mit Monas Silk. Sehr schön, wenn sie im Auto wechseln. Ach, wir müssen mit dem Mercedes fahren, okay? Okay. Na, nein. Äh, haben wir Geld gewettet? Ich kann mich nicht erinnern. gibts. Tschüss. Kann ich dir irgendwie helfen? Tschüss. Wow, ich glaube du hast einen Platten oder so. So, jetzt muss ich mal nur gerade kurz kurz ein bisschen, ist das Cha-Cha, ist das Lamborghini, wir haben die Zielpersonen im Blick und nehmen die Verfolgung auf, Zentrale, Streit in der Verfolgung auf. Wir sind gerade mal 61%, also wir haben noch ein bisschen, weil jetzt einfach nur mal, hat sogar das Vierter, das ziehe ich ja, ist wieder, wir sind aber gerade ein bisschen konzentrieren, tut mir leid, dass ich das gerade, und dann holen wir das Ding uns, sowas von locker, 16.000 gehen auf unser Konto, wie gesagt, wir müssen jetzt nur Trade-Kohle sparen, ich hoffe, dass ich vielleicht noch zwei, drei Folgen... ...dass ich dann definitiv... Oh, natürlich, ich stehe noch voll in den Posten, der hat sich... ...und jetzt ist der Enkel... Ja, ich wollte ich mal kurz mitnehmen, mein Freund... ...so, dann... Subjekt unterwegs Richtung Duncan Bay. Ha! Abgehängt! Heiz mir ihn ein! Subjekt ist irgendwo im Jams-Park entwischt. Wie sind hier... Ach! Du könntest nie uns kaufen! Verfolgung beenden! Sie sind vertwischt! Hey! Hey, Tess! Alles okay? Klar! Wie wär's? Lust auf noch einen Job vor dem Rennen? Klar! Warum nicht? Ich schick dir den Ort! Sind wieder 20.000? Nee, die waren zwölf... ...neben. Dann sind wir jetzt bei... ...aktuell... ...klar, 15 haben wir fix, aber... ...wenn ich jetzt noch 37 dazu bekomme, dann sind wir bei 52.000. Geh mal weg! So, wir haben mal eine weitere Tankstelle freigeschaltet in diesem Bezirk. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt drei Autos fertig, also wie gesagt, für die Qualifikation. Es geht jetzt rein nur noch darum, die Kohle fixung machen für die letzten... ...für die nächste Qualifikation. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich sage es trotzdem. Pumas sind keine Haustiere. Ein Showdown geht raus an meine Sis Candace, die bei Care SF & News Across the Lake... ...Börgermeisterin in die Mangel genommen hat. Was werben Sie gegen die steigenden Lebenshaltungskosten tun, Stevenson? Damit meine ich keinen hippen Dinkelbauer-Teig mit Avocado... ...sondern die Basics. Genug Essen, um eine vielpuffige Familie durchzubringen. Ich würde es auch bereuen, bei Ihnen ein Häkchen gesetzt zu haben, wenn ich alt genug dafür wäre. Wenn die Leute das hören, überlegen Sie sich die Wahl nochmal. Ja, da vorne... Moinsen, ein Lotus Elisa, glaube ich, was das sein. Existisch. Unbeschädigt, 20.000, Fahndungsstufe 5. Happy Birthday! Unbeschädigt, 20.000, Fahndungsstufe 5. Unbeschädigt, 20.000, Fahndungsstufe 5. Sonderwagen ist jetzt gleich! Vor allem Sonderwagen! Boah, alter. Jajajajajajajajaja. Das war keiner Absicht, sorry. Okay. Tschüss. Die hoffentlich kommen oben, oder? Tschüss. Scheißkopf, Alter. Das war natürlich total... Meine Fresse. Ich will doch nur, dass Auto los wird. Tschüss. Tschüss. Tja, daraus wurde nichts, Zentrale. Alle Einheiten! Interceptor nimmt Verfolgung auf! Wir können nicht mehr lange dranbleiben! Ich muss vor diesen Clown kommen, um den Wagen zu verlangsamen. Wir haben das Ziel nicht der Sichtzentrale! Sehr schön. Such mal und finde das Arschloch! Was ist der Cover? Ah, das ist nicht die halbe Stadt da oben, ey! Wir sind da! Ich weiß es! Das war's hier! Nächstes Mal rufe ich Verstärkung! So, damit sind die auch weg! So, jetzt hoffen, dass ich keine Cops mehr habe! Ich lauere noch! Der kommt zwar weit weg, gut. So, jetzt hoffe ich, dass ich den Wagen jetzt abstellen kann, ohne dass jetzt irgendwas dazwischen kommt. Auto abgeliefert, 20.000, oh mein, und jetzt muss ich die Karre noch abliefern, so Versteck. Gut, eigentlich wäre hier oben noch eine Möglichkeit, was zu kaufen, aber hallo, Versteck, wir müssen so leider nur ein Stück weiter fahren, woher weißt du von all diesen Autos? Ach, so halt. Ich kenne Leute. Aha. Bis nachher. Alter, geht die mir auf, oder was? Warte mal, die gehen. Die fahrt jetzt schön da runter, das ist gut. Hm. Du bist jetzt bestimmt nicht links ab. So, dann haben wir das auch und haben jetzt 55.000 auf der Hand. Und ich denke mal davon aus, dass vielleicht noch alles gut läuft in der nächsten Folge. Warte mal. Das verflächert ja überall. Äh, das Ding verhandelt. Ach, das ist geliefert. Ein weiteres Decay. Oder nicht? Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich sicher. Fühlst du dich sicher? Dann gib Bürgermeisterin morgen Steven und deine Stimme. Gesponser von Penny Saves. Mit dem Safe kann Glück, dann geht zurück. Hm. So, gut. Naja. Richtig. 28.000. 380 dann fahren wir das große Ding fahren wir dann in der nächsten Episode